Hallo zusammen, hier ist wieder Hoteller und ich bin wieder für euch in Shadowlands unterwegs und zwar heute wieder so ein kleines Kisten-Opening-Video präsentieren. Heute geht es mal wieder um ein paar Kisten hier aus der Garnision. Jetzt hätte ich schon fast Partys sind gesagt, nein, aber es geht um Garnisionskisten. Ich bin ja parallel mehrere am Öffnen, um die ganzen Themox-Sachen zu kriegen. Und ja, ein paar haben wir noch. Hier einmal 20 Kisten aus der Garnision, große Kiste mit Bergungsgut schimpft sich die. Und ich hoffe immer noch, dass ich beim Priester die Beichthosen bekomme. Das ist das letzte Item, was da drin sein kann. Und ja, ich würde sagen, steigen wir mal ein, schauen wir mal, was wir kriegen. Verreckt, kriege ich jetzt schon wieder den Stab. Die letzten beiden Male, ich seht, ich habe da diesen Klumpen neu im Inventar, habe ich diesen Stab schon gekriegt. Aber tatsächlich nichts anderes Sinniges, ne. Ich hoffe, dass die 20 Kisten hier ein bisschen mehr geben, dass ich mit dem Priester mal fertig bin. Die Hoffnung stirbt ja bekanntlich zuletzt. Wie haben wir schon aufgemacht? Nummer 5 ist auch nichts drin. Hm, hm. Wenn ich so viele Themox kriegen würde wie Fehlermeldungen, ne, dann hätte ich schon alles, ich sag's euch. Ich habe zum Glück den Sound bei den Fehlermeldungen ausgeschalten, ne. Sonst kommt hier immer Fatality oder irgendwie sowas. Richtig nervig. Nein, die Schuhe habe ich das letzte Mal auch schon drin gehabt. Kriege ich mal die gleichen Sachen? Oder gar nicht. Ein Gürtel, okay, mal was anderes, aber das brauche ich auch nicht. Da haben wir noch 5 Kisten und dann ist Feierabend. Ja. Here we go again. Keine Kisten mehr. Und kein Themox-Item, was ich brauche. Ja gut, diese Kisten scheinen ein wenig beschissener zu sein. Sobald ich wieder ein paar habe, werde ich mich wieder melden. Und ja, damit verabschiede ich mich an der Stelle. Euer Tela. Bis zum nächsten Mal. Ciao.